Herzlich Willkommen zu meinen kleinen Schulungsvideos. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Und heute geht es um die SWOT-Analyse. SWOT S Strength, stärken W SWOT, das W Weakness, schwächen O Opportunities, Gelegenheiten Und T, SWOT Threats, Bedrohung. Also auf Deutsch Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Es geht also darum, für ein Unternehmen, zunächst mal hier in der ersten Zeile, die Stärken und die Schwächen. Und in der zweiten Zeile die Chancen, Opportunities und Threats, die Bedrohungen, also die Risiken, aufzuzeigen. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zeile? Stärken und Schwächen sind intern und sie sind beeinflussbar. Und Opportunities and Threats, also Chancen und Risiken, sind extern und sie sind nicht beeinflussbar. Also zum Beispiel die demoskopische Entwicklung, dass wir viele, viele alte Menschen haben werden, schon in wenigen Jahren und wenige junge Menschen. Das ist eine externe Entwicklung und für ein Unternehmen nicht beeinflussbar. Das kann ein Risiko sein, also Threats, oder es kann eine Chance sein. Auf jeden Fall ist es extern und nicht beeinflussbar. Wenn das Unternehmen einen schlecht geschulten Außendienst hat, dann ist das eine Schwäche, die ist intern und beeinflussbar, also auch veränderbar. Wenn das Unternehmen sehr, sehr viel Know-how akkumuliert hat, dann ist das eine interne Stärke, intern und beeinflussbar und damit ausbaubar. Also das ist der Unterschied zwischen Tärken, Schwächen, Chancen, Risiken, der SWOT-Analyse. Schauen Sie bitte unter spaßlerndenk.de oder für Lernhilfen unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ibert. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020